Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie sind es, der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein! Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Wer kommt denn? Also, nach Rose suchen, ja, okay. Sie kommen zurück, heißt jetzt, äh, die Wehrwäufe oder diese, wie heißen die, Lykana? Ja, genau. Also, ich muss nur wirklich jetzt mal interpretieren. Oder etwas Mächtigeres kommt zurück. Noch mächtiger. Noch mächtiger? Na, dann... Vielen Dank auch. Ich liebe es... Okay. Oh, große Lykens. Sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Ja, großartig. Das ist auch zu lebensbejahend. Was, was steht da gerade? Akten finden? Im Notizbuch können sie Ethans Tagebuch so wie... Alter! Ich kann nicht so schnell lesen. Ja, okay. Werden einfach bloß die Sachen, die wir gefunden haben, werden da quasi niedergeschrieben. Und er schreibt noch zwischendurch ein Tagebuch. Ist in Resident Evil sehr stark verbreitet, dass die Leute extrem viele Tagebücher schreien. Wollte ich gerade sagen, es erinnert mich an irgendein Resident Evil Ding von dir da. Das Schloss ist leicht zu knacken. Kannst du das mit dem Messer aufmachen? Also, wir bewegen uns ja jetzt hier quasi wieder in dem Areal, in der ja auch die Demo Village lief. Genau. Nee, kann ich leider nicht. Also, du brauchst anscheinend wirklich ne Dietrich. Ich hatte ja die Vermutung gehabt, dass du das ja mit dem eventuell mit so einem Schraubenzieher oder so öffnen könntest. Aber nein, du brauchst ne Dietrich. Ja, stimmt. Richtig. Die Theorie hat das ja schon in der Demo mal unterbreitet. Ja. Hat leider nicht funktioniert. Karte aufrufen. V. So, wie? Achso, die blauen Häuser sind quasi begehbar und die grauen nicht, ne? Äh... Ja. Würde ich jetzt mal interpretieren auf der Karte, ne? Oh, was ist denn das? Haben wir da was vergessen? Ich habe die mechanische Tür. So, genau. Ich habe mal die Leiter. Ich würde auch wieder behaupten, dass wieder blau heißt, du hast alles gefunden und rot heißt, du hast was vergessen. Ja, das ist ein sehr, sehr cooles Gimmick, was sie ja quasi seit den Remakes als Kartenoption da haben. Vor allen Dingen. Absolut super. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Richtig. Ja, genau. Unbekanntes Gebiet. Ey. Naja, unbekannt heißt ja nicht, dass man nicht rein gehen kann. Richtig. So, und wenn ich mich nicht ganz täusche und die das hier nicht geändert haben, gibt es hier nämlich ein Kristall. Nice. Was ich immer blöd fand, auch in der Demo, dass du die Kristalle teilweise wirklich, dafür musst du eine Munition verschwenden. Das fand ich irgendwie blöd. Ja, ist in Teil 4 auch so. Ach so? Echt? Ja. Ich habe Teil 4, glaube ich, nie gespielt. Ja. Schau doch mal demnächst auf den Kanal. Mach ich. Ähm. Vielleicht kommt ja da was. Ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Okay, dann gehen wir mal hier wunderbar auf der Freedhof. Hier sehen wir nämlich diese Opferziegen. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zornmutter Mirandas ereilen. So, daraufhin sage ich erstmal. Messer. Boom. Komm doch, komm doch. Noch bin ich mutig. Das wird sich ganz schnell ändern. Ne, ich habe ja, die Stunde habe ich ja gespielt, genau. Deswegen weiß ich jetzt auch noch so halbwegs grob, wo wir eventuell hin müssen, aber dann war es das auch schon wieder. Also ich weiß zum Beispiel, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass da so ein Ding ist. Nice. Was man aufnehmen kann für rostige Teile. Ich weiß, dass diese Opferziege da oben mich genervt hat ohne Ende, weil ich die nämlich nicht gefunden hatte auf Anhieb. Stimmt, ja. Stimmt. Und dann hört es auch schon wieder auf und vor allen Dingen die eine Opferziege, die wir da hinten in diesem hohen Gras hatten, die habe ich nie gefunden. Stimmt, aber jetzt wollen wir sie finden. Ja, zu zweit sind wir. Wir sind zu zweit, das kriegen wir hin. Bisschen. Die Augen sehen mehr. Ist das ein Safepoint? Das Jungfernfragment. So, und das war ja, das hatten Benni und ich schon lange diskutiert irgendwie. Wir haben quasi als Zentrum dieses Bild irgendwie und dann, also medial gesehen ist man ja quasi um, äh, die, äh, große Dame, die wir da links sehen, äh, Mitrescu, glaube ich, Mitrescu? Die Mitrescu. Die Mitrescu. Nicht herumgekommen, ne? Und wir sehen noch andere Leute drumherum. Wie ist, glaube ich, ist das die Omi? Das weiß ich nicht. Das könnte sein, ne? Sieht so ein bisschen danach aus. Ja. So, wen haben wir noch? Wir haben das, was auch immer das sein soll, eine Frau komplett verhüllt und eine Puppe, eine Handpuppe. Ja, aber die sieht aus, als ob sie so ein Hochzeitskleid anhat, weißt du, so mit so einem Schleier. Hier ist so ein kleines Kleid. Das wird vielleicht die aus dem Märchen sein. Das kleine Märchen aus dem Märchen. Stimmt. Und dann hier, äh, Van Halen. Van Halen. Van Halen verschnitt. Und wie gesagt, in der Mitte im Epizentrum sehen wir quasi halt diese Freske da irgendwie, die wir auch auf allen anderen Bildern schon gesehen haben. Stimmt. Jetzt wäre mal die Theorie, die hättest du ja aufgestellt in der Demo, dass das Mutter Miranda sein könnte. Ja. Weil wenn das hier die Mitrescu ist, die große, dass das die Göttin Miranda, also, ja, die, die dir hier alle anbeten anscheinend. Genau. Mutter Miranda, ja. Mutter Miranda. Da hatte ich auch die Überlegung, wenn wir jetzt hier gleich in das hohe Gras gehen, aber ich würde liebend gerne noch ein bisschen Munition finden vorher. Ja, gerne. Ja, ich würde nämlich gerne die, äh, die hier nutzen wollen. Ja, haben wir denn noch irgendwie die Möglichkeit, hier Munition zu finden? Ähm, ja, es gibt noch ein, ein Point gibt's noch, bevor wir hier in das hohe Gras gehen, und zwar links. Und zwar gibt's ja hier die Möglichkeit, hier rein zu gehen, aber ich glaube, in der Demo hattest du nämlich die Flinte nämlich auch hier dann gefunden. Also wir machen ja erstmal vorsichtig selber zu. Ne, safety first. Und hier lag irgendwie auch... Auf dem, auf dem, auf dem Schrank hinten, auf dem Zeitbau-Glazer. Und da ist er jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich würde sie jetzt hier liegen, wenn du sie vorne nicht mitgenommen hättest. Und die Mine vor allen Dingen. Ach, die Mine, die wollte ich immer mal ausprobieren, fällt mir gerade ein. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Ja, wenn nicht, muss ich eben halt wirklich mit, mit, ähm, mit der Pistole arbeiten. Tatsächlich würde ich die Mine mal sehr gerne in Aktion sehen, irgendwie. Mann! Aktuell habe ich so das Problem, dass mein Finger, ähm, ja, ich bin, äh, ich will jetzt nicht sagen Trigger-Abzug. Schnell den Finger am Abzug. Ich seh' dich! So, äh, und zwar lag nämlich noch Munition, wenn ich mich nicht ganz täusche, musste ich hier rüber. Kleines. Ich weiß, dass du da bist. Lagt nämlich, glaube ich, hier noch Teile und hier Munition. Nice. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, zwei Schuss. Schuss. Ja, immerhin. Wurde ganz sagen, immerhin. Besser als gar keinen zu haben. Wobei ich mich aber, ich würde, ich würde auch liebend gerne, ich würde gerne mal die Mine ausprobieren, weil. Leg die mal da hin. Immer zurück. Ja, komm weiter, komm weiter. Jawoll! Boom, schakalaka. Ja, Junge. Dann wart mit dir. War da was fallen lassen, der Junge? Ah, sieht gut aus. So, 303. Nehmen wir gerne mit. Das war wahr. Also klar, jetzt für einen war ein bisschen Verspendung. Sollte man vielleicht aufheben, äh, wenn irgendwie Meere hinter dir her sind. Damit du Meere gleichzeitig ausschaltest. So, und hier höre ich die ganze Zeit dieses Geklapper. Dann müssen wir mal gucken, weil, genau, hier sind wir immer noch nicht alleine. Das können natürlich auch die Knochen hier neben uns sein, ne? Mhm. Achso, ja, hier unten, stimmt, hier unten gab es ja auch noch einen kleinen Weg. Wo zumindest Teile gab. Ja, die Demo hat wirklich, ich sag jetzt mal, so ein paar Fundorte hat, hat die Demo schon verraten? So ist er nicht, ne? Achso, ja, genau, warte mal, einer war ja noch hier hinten. Den, hab ich jetzt gleich getriggert. Pass auf. Und zwar, wenn ich hier lang gehe. Ja, 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 ja. Okay, super. Come on! Oh, echt ist das für dich? Ne. Hat nicht ihr recht. Aber das hat gerecht. Ah, Kristallmaschede. So. Öffne. Mist. Wut? Wer war da? Ach ja, das war ja hier die Tante, stimmt. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise. Und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will immer noch diese Machete da haben. Die wollte ich schon in der Demo haben. Die ist, die finde ich, fand ich, fand ich besser. So, hier haben wir einen Brunnen, ne? Ja, wir müssen unbedingt diese, so eine Kurbel oder so was auch gerade finden. Damit wir da hin können. Ah. Pulver. Pulver. Hier weiß ich, hier gab es auch noch was. Hier gab es durch noch flüssige Chemikalien. Hm. Kann ich jetzt eigentlich auch alleine rein? Also, ich könnte ja auch. Erstmal die beiden reinlassen. Ne, will ich nicht. Gut, lass die doch einfach da draußen. Ja, ich weiß, das ist, äh. Achso. Ja, stimmt. Hier war ja das, äh. Genau, hier brauchen wir erstmal noch was. Um das aufzukriegen. Ah. So. Rollen wir uns jetzt erstmal die beiden wieder ab. Kommt. Alles gut. Los, schnell. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey. Kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater. Hilft mir. Wir müssen ins Haus. Die Frage wäre, kann man ihn denn nicht von seinem Leiden erlösen? Sag mal, diejenigen, die von euch die Demo kennen, wissen, was jetzt passiert. Nein. Okay. Also ab dem Moment, wo du... Ich gucke mal von der anderen Seite. Dann ist es unvermeidbar. Nee. Dann muss das Unvermeidbare jetzt geschehen, Benni. Was? Achte mal auf die Stimme von der... Von dem Mädel. Ist das zufällig Lara Loft? Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Äh, nein. Ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja. Wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich seh nach den anderen. Krass. Okay, ein Safe Point. Cool. Komm hier. Luisa. Wir haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest. Ernest. Haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Mutter Miranda sich von abgewandt. Hm. Ernest. Ernest, doch. So, was haben wir denn hier, Feines? Dorfkrone, Kim. Ich möchte mir erst mal das Dorf angucken. Oh. Stimmt, die Statue. Da unten rechts hatten wir, war ja auch gewesen. Das war ja das mit dem kleinen Flussbett da. Richtig, genau. Das kleine Wasserrad. Genau. Ich hoffe, wir kommen auch da wieder zurück, weil da sind ja noch einige Sachen, also ich gehe mal von aus, wir werden da auch wieder zurückkommen, weil es sind ja einige Sachen, die wir jetzt bis jetzt noch nicht öffnen konnten, weil es dafür ja die Utensilien fehlen. Die Windmühle würde mich auch noch mal interessieren. Also da werden wir wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie hinkommen. Und das unten rechts. Ich denke mal, dass wir an alle Orte kommen werden. Weil das unten rechts erinnert mich irgendwie immer so an, ich sag jetzt mal so ein Industriegebiet. Das ist halt so Fabrik irgendwas, oder Fabrik. Komisch. Sägewerk oder irgendein Scheiß vielleicht. Das ist die Frage, soll ich jetzt speichern? Stevens zweitliebste Beschäftigung. So, auf geht's. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne, der draußen, wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen? Deswegen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopft dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist! Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie, sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unsere Opfer. In Erwartung des erlösenden Nichts, im Leben wie im Tod, preisen wir euch, Mutter Milanda. Gut. Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet. Hab ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Tobi, hättest du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen uns töten! Wir müssen weg! Ich sagte, aufhören! Oh Gott! Es tut mir leid, Vater. Hey! Hey! Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena! Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das Ganze geworden ist nicht zusammen! Nein! Nein! Du hättest nichts tun können! Er war bereits tot! Lass mich in Frieden! Nein! Ich bringe uns hier raus! Uns beiden! Ja, soviel zum Safehouse, ne? Wir müssen hier raus! Ja, jetzt steht's in Flamme! Ja, Leonardo hat wieder die Party gesprengt, quasi. Der Leonardo... Ist immer, immer einer, der sich nie benehmen kann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was Schönes finden. Zum Beispiel sowas hier. Eine leere Schublade! Ach, eine! Nimm die Schublade mit! Das ist die Schublade, die du finden sollst. Würdest du vorhin auch so ein... Ne? Spachtelmasse? Ähnlich so. Ja, ja, richtig. Zum Lackkratzer. So, kann ich hier hinten? Ne, kann ich nicht. Da kann ich nicht! Das ist alles... Oh, 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 Kraut! Green ist Kraut! Ist ja auch nochmal Kraut? Nein. Schade! Schöne Jokapalme gepflückt hier. Wird viel Mehl benutzt. Ich finde es so unbefriedigend, wenn du Schubladen aufmachst und nichts ist drinnen. Ja. Oh, yeah. 500 Leih. 500 Leih. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gesammelt? 2820 Leih. 2820. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Ah. Oh, 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 was hab ich da gesehen? Ah, Schrupelmumpeln. Chilis. Also, das könnte mir gefallen. Ich hab dir mal einen Meter Chili, Alter. Lecker. Äh, das nicht. Das ist der großen Kohl oder was? So, Autoschlüssel. Ja, genau. Ne, hier? Weißt Bescheid. Schraubenzieher. Was für ein Schraubenzieher, Alter. Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja. Ich würde jetzt sagen... Warte mal. Willst du mal gucken? Nee. Da ist ein Holztor. Richtig? Mhm. Da ist die Wand. Mhm. Ich bin gespannt, wo er langfährt. Autoschlüssel. Das ist vielleicht die Frage, ob du dich vorwärts oder rückwärts bewegst, jetzt. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Dass die Kiste überhaupt nur anspringt. Ja, ja. So verrottet, wie das Ding ist. So, was jetzt? Guck mal, er fährt rückwärts. Fahr doch Vollgas rückwärts. Junge. Nee. Wir müssen jetzt vorwärts fahren. Ist die eigentlich neben uns? Ich kann leider nicht rüberschauen. Alter, jeder weiß doch schon, seit er GTA spielt hat, irgendwie das... Wenn die Karre brennt, verpiss dich aus der Karre. Na, sag mal. Tatsächlich ist das doch ein eigener Eingültigkeit gesetzt, was man auch in der realen Welt anwenden sollte, sobald die Karre brennt. Nicht mehr drin sitzen. Schnell weiter. Ja, liebe Kinder. Don't try this at home. Don't atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Ich weiß, aber danke. Nett von dir. Ja. Ich würde es mit dir quatschen. Kraut. Ja, hoffentlich. Wenn wir hier rauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Elena, wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los. Nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist... Das ist einfach nicht fair. Das erinnert mich immer wieder, wenn ich das höre. Das ist einfach nicht fair an dein... Was war das? Dead Space? Wo du Munition liegen lassen musstest und nicht mehr mitnehmen konntest? Das ist nicht fair. Weil ich keinen Inventarplatz mehr frei hätte. Eno, richtig. Ich verstehe nicht, wie... Ich verstehe nicht, wie die Regie so etwas durchgehen lässt. Irgendwie von der Synchro. Ich verstehe es nicht. Das ist mir unbegreiflich. Siehst du, Ethan hat es aber auch nicht verstanden. Er hat gerade gesagt, ich verstehe es nicht. Ja. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Und wenn du das auch nicht verstehst, schreib es in die Kommentare. So sieht es aus. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich wollte ja nämlich letztes Mal auch hier so lang, ne? Aber da ist nichts mehr. Nüchter. Einfach nüchter. Na gut, gehen wir raus. Ja. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Auch das müsste so fucking wehtun gerade. Also ich muss sagen, dadurch... Obwohl Ethan ja eigentlich so eine totale emotionsambivalente, muss ich ja jetzt leider sagen, Schluchtsbrotze ist. Ist ja echt ein harter Knochen, was Schmerzen an geht, war? Irgendwie. Also schon unter dem Sieben, die Hand abgetackert, abgesägt und die eingetackert zu bekommen, irgendwie. Muss einfach so dermaßen sich entzündet haben. Das Dämonenfragment. Gut, hier jetzt einfach die halbe Hand, äh, zwei Finger abgebüssen, die halbe Hand fehlt. Er haut immer noch ordentlich hin, lässt sich die Hand halten. Ohne auch nur kurz mal... Au. ...zu sagen. Da muss ich sagen. Ethan Winters, da ziehe ich jetzt mal meinen Hut vor dir und sage, Chapeau, du harter Hund. Krass. Hallo. Ist doch der Julian. Oder? Ist doch Julian Bam. Julian Bam. Ach guck mal, da ist Mutter Mir... Oh Gott, warst du mit dir verkehrt? Wer war? Ja, hat abgerissen. Was war das? Also in der Demo wirkt das ein bisschen krasser, was sie mit ihm gemacht hat. Und jetzt sah er so aus, als hätte sie ihm irgendwie, keine Ahnung, klingt auch krass, aber halt so die Kehle rausgerissen oder das Herz oder irgendwas hat und den Rest halt so fallen gelassen. Ey, ich weiß nicht, ob das wirklich einfach nur die Dinger sind. Ich glaube, ich glaube, es waren die Knochen irgendwie. Ich bin auch der Meinung, weil die sind rund um den Baum verstreut. Und das irritiert mich so sehr, dass ich hier wirklich... Ich würde hier Stunden verbringen, um einfach wirklich alles zu durchsuchen. Ich denke, es sind die Knochen. Ich parschippe jetzt. Habe ich mich doch gerade verliebt, irgendwie. Alle elf Minuten. Verliebt sich ein Single in eine großartige Hexe. Dopp. Achso, hier kann ich nichts machen. Okay. Aber der... Achso, genau. Ne, dann verbrauchen wir... Was braucht man hier für den Schlüssel halt mit dem Symbol drauf, oder was? Ne? Geht mal von raus. Ja. Also ich weiß, was wir... Also wir können jetzt mal das Tor öffnen. Hier zum Schloss von der Tibidress-Crew. Naja, aber... Ich denke, da ist noch ein bisschen erstmal... Bis wir zum Schloss kommen. Ich glaube nicht, dass der da gleich kommt. Ne, ne. Das ist richtig. Siehst du? Das ist ein Sägewerk. Das ist ein Sägewerk, hat man davon gesehen. Bei mir. So, hier ist ja quasi der Punkt, nachdem wir die jetzt hier einsetzen, wo die Demo endete. Genau. Und ich denke, wir sind jetzt alle gespannt, wie es weitergeht. Lasst mal ein Like da, wenn euch das Gameplay und das vor allem das Let's Play mit uns beiden Idioten gefallen hat. Würde uns freuen. Ja, für euch ein kleiner Klick. Für uns eine große Hilfe. Für den Kanal. Und generell abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dann seid ihr mal auf dem Laufenden für den nächsten Shit, der da kommt von uns. Nur Blut und Tod. Na dann. Ihr geht weiter. Oh Gott. Nur Blut und Tod. Na dann. Mich hat vorhin letztens auch interessiert, ob ich die Raben abschießen könnte. Mach mal. Bei Teil 4 gibt es nämlich was dafür. Anscheinend wird hier der Tierschutz ein bisschen intervenieren und sagen, nein, für das Töten von Tieren gibt es ja keine Belohnung. Guck mal, da hinten ist da nur eine Gerotte. Doch, gibt es doch was. Ja, ihr habt Geld bei ihr gehabt. So, da, 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 irgendwie. Ja. Äh, was ist denn das? Hm. Gön. Okay. Okay. Das ist krass. Dann sind die ganze Gebäude so in den Fels geschlagen, ey. Okay, das ist schon geil. Fehlt mir aber. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder die Kurbel. Untersuchen. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlegt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Na? Hallo. Auf zu jammern. Wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Sterblichen dem Haus Dimitrisco. Ich verspreche euch, dass meine Mächtige... Ich will das Versprechen. Ich muss mich sehen. Du meinst... Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert wird... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht! Nichtverantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer! Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego! Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen! Danke für eure Geburt. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du preferst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Drei! Was? Shootout? Oh shit, alter! Lass mich in Ruhe! Auf, Bendy, lauuf! Lauf, Bendy! Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich! No, no, no! No, no! Hallo, 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 hallo! Untersuchen! Haha, das ist geil! Oh, das muss ich erstmal untersuchen! Ein Holzbrett! Shit! Weiter so, Ethan! Oh, scheiße, die haben Pfeil und Bogen! Ja! Aha, ha, 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 ha! Wow! Water! Kann ich mich heilen? Oh Gott. Okay, okay. Wuii! Alter, wie viel gibt es denn von diesen Viechern? Oh nein. Hallo, 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 hallo. Da muss ich hin, da muss ich hin. Da, 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 ich seh noch den Ausgang. Da, da, komm her, hier. Ducken. Beachtlich. Beachtlich. Oh Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Oh scheiße. Äh, äh. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha, ha, ha. Wie soll ich da? Wobei? Mit dem letzten Speicherdaten, äh, neu starten. So, äh, wunderbar. Toll. Äh, wie, äh, what? Du musst wahrscheinlich mit irgendetwas interagieren. Aber was? Du hast eine Stange da? Nee, ne? Der Holzpfosten. Das ist auf der anderen Seite hoch, ne? Nee. Vielleicht probieren wir das, ja, das ist, würde mal sagen, wie wir probieren müssen. Ah. Ja, ist klar. Okay. Dafür ein Scheiß. Ja, da hab ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. In der Hektik. Oh, 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 alter. Ja, ist klar. Ja, ich sag halt. Du tippt halt ja schöne Corona. Warte, haben wir vielleicht Rose? Rose, bisschen Munition. Sehr schön. Lai. Und, äh, ist dir aufgefallen, irgendwie, diese kleine Puppe? Das war die Stimme von Lara Loft. Das war wirklich Lara Loft, ja? Ja, die hat eine sehr, 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 sehr über... Überfrequente Stimme, nenn ich's mal vorsichtig, irgendwie. Sehr, sehr hoch und sehr, sehr klar. Ich hab ein bisschen Schiss jetzt hier. Bei den ganzen Viechern, die wir da gesehen haben. Ey, hast du die angeguckt, was da alles jetzt war? Ja. War so ein Glöckner von Notre Dame, denn... Ui. Who the is? Nicht gesund aus. Hallo. Ein hier. Oh Gott. Oh je. Da gibt jemand ein Klopfzeichen. Okay, da gibt's nix. Da gibt's nix. Da gibt's nix. Gut. Äh, versuchen wir mal hier irgendwie zu entkommen, würde ich sagen. Crouch noch, wa? Ja, ja, ich crouch die ganze Zeit doch einfach, weil es gibt mir so'n kleines Sicherheitsgefühl. So'n ganz kleines. Aha! Können wir jetzt einfach wieder zurückgehen? Ich möchte gerne das Dorf verlassen. Wohl. Oh nee, ey, das trau ich mich jetzt wirklich nicht, wa? Und der Typ hatte der jetzt irgendwie Gravitationskräfte oder was sollte das jetzt darstellen? Ich weiß nicht, ob der so wirklich magnetotechnisch, weil der hatte ja auch sein Hammer, wo er hier mit Miranda da gequatscht hat, da hat er einfach wieder Run gezogen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Da wird wohl irgendjemand irgendjemanden verklagen. Okay, wir wissen also, dass das wahrscheinlich irgendwie die vier, ich nenne sie mal die vier Reiter sind. Okay, wir sehen uns jetzt.